Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Jetzt zeige ich euch unser modisches Laufkleid mit Kurzarm und Kapuze aus der RP Damenkollektion. Dieses modische Laufkleid hat viele besondere Eigenschaften. Einmal die farblich abgesetzte Kapuze, die ihr bei leichten Nieselregen oder Wind aufsetzen könnt. Einen tiefen Rundhalsausschnitt. Flache Nähte, die gegen Hautirritationen schützen. Im Hüftbereich könnt ihr das Kleid in der Weite durch diese Kordel regulieren. Das Laufkleid verfügt auch über eine Tasche, in der man zum Beispiel den MP3-Player mitnehmen kann. Ideal, um das Kopfhörerkabel mit sich zu führen, ist die zusätzliche Öffnung an der Tasche und die Schlaufe auf der Schulter. Ein weiteres modisches Detail sind die Schlitze am Saum. Hervorzuheben ist, dass wir das Kleid mit Silver Finish ausgerüstet haben. Das wirkt antibakteriell und geruchsmindernd. Der großzügige Mesh-Einsatz im Rücken, einer Stelle an der man eher schwitzt, sorgt für zusätzliche Atmungsaktivität. Zusätzlich findet ihr auf dem Laufkleid drei Reflektoren, einen an der Rückseite und jeweils einen an der Außenseite des Ärmels. Dieses modische Laufkleid gibt es in allen unseren Runnerspoint-Filialen und auf runnerspoint.com.